Was ist denn jetzt das? Ja! Nachladen. Komm, 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 komm. Schieß schöner auf den. Oh, hinter uns. Boah, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Scheiße. Wo ist Sinti? Da. Komm, 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 komm. Au. Je näher du rangehst, desto tödlicher werden die Schicks. Oh. Oh. Mein Gott. Also hier ist die Schottgang Gold wert. Nachladen, 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 nachladen. Schneller. Wo sind die? Scheiße. Jetzt volle Kraft voraus, Artyom. Mir nach. Ja, natürlich. Komm, 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 komm. Super. So, und damit beende ich, würde ich sagen, die erste Folge. Vielleicht. Ja. Wahrscheinlich werde ich dann hier auch für eine nächste Stunde. Nein, früher weitermachen. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Sieht schon irgendwie cool aus. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drehen. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich! Der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinwollen, hä? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Schöne Freunde. Sehr schöne Freunde. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Ja. Los, los, los! Du schuldest mir zwei Magazine. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Ich werde dich rasten. Kann ich jetzt die Gasmaske absetzen? Oh. Ich glaube, das sieht um einiges schöner aus. Ah, halbautomatisch. Hallo? Ah, man sollte auch auf die richtigen Tasten blicken. Jetzt haben wir eine halbautomatische. Das ist doch schon mal schön. Was liegt denn hier rum? Eine AK. Ah. Äh. Hallo? Ja. Haben wir hier noch? Irgend... Oh mein Gott. Also ich muss sagen, das sieht schon wirklich geil aus. Und Physik-Ex-Effekte. Egal, äh, nachladen. Kommt, 30 Schuss. Hier geht's nicht runter. Neun Pfeile. Auch nicht schlecht. Oh. Vielleicht sind die nicht so... Oh, scheiße. Ich hab ja kein Medipack mehr. Vielleicht war das nicht so gut. Vielleicht war das überhaupt nicht gut. Da bist du. Da hinten ist ja auch noch einer. Na? 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 Aua. Hallo? Hallo? Hier hinter. Ach, der kann ich nicht durchschießen. Wie scheiße ist denn das? Na? Frist das! Hier, Misty. Diese Kugeln sind für dich. Hallo? Was haben wir hier? Au! Au! Scheiße! Nein! Vielleicht sollte ich das, äh... Niemand. Vielleicht eine Maus oder eine Ratte. Oder die andere hat dich bewegt. Vielleicht? Komm. Ja, danach. Ja, danach. Schön. So. Und jetzt auf die AK wechseln. Und die... Voll nachläden. So. Haben wir Messer? Ja. Ja. Konnte man das auch irgendwie leiser machen? Scheiße. Okay, die haben mich tatsächlich gesehen. Du bist schon mal weg. Ach, nein. Au. Der Gasmaske sollte ich vielleicht mal absetzen. Kann ich jetzt ein Medipack noch nehmen? Oh. Ja. Ach, da bist du ja. Also die KI ist minderwertig dumm, würde ich mal sagen. Hallo? Gib dein Zeug her. Was ist denn das hier? Ach so. Ja, natürlich. Kenn ich ja. Oh. Das war vielleicht nicht so klug. Wir haben hier einen echten Idioten. Ja, vielleicht seid ihr auch mal echt idiotisch. Abknallen. Licht aus. Hier wird es noch nicht lange bleiben. Hier, lass ihn nicht entkommen. Super. Wie sollen die mich denn frankieren? Pfff. Aua. Hallo. Weg hier, weg hier, weg hier. Das war vielleicht der größte Fehler, den ich gemacht habe bis jetzt. Nachladen. Hey, der ist ja schon tot. Gut. Da bist du ja. Hallo? Okay, es wird zumindest gespeichert. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Boah, ich habe gerade richtige Frame-Einbrüche. Das seht ihr wahrscheinlich auch. Jetzt geht es wieder. Was ist denn gerade los? Granate! Pass mit den Granaten auf! Mach die... Okay. Also, ich würde sagen... Aua. Die Granaten... ...sind richtig scheiße. Scheiße. Okay. Na, wo seid ihr? Da! Midi-Packs! Oh! 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 Mh, jaaaaaa... Komm... Ich kann ihn noch nicht mal richtig anvisieren.